Die sind ja jetzt so richtig kuschelig, wie man sieht, auf Leopardenart, aber die sind jetzt echt klasse. Wenn man die anfasst, die sind so klein und kompakt und schnuffig. Die werden jetzt bald zwei Monate und die sind wirklich super schön. Der eine wiegt jetzt schon drei Kilo, der andere zieht noch ein bisschen nach, aber man merkt auch, wie interessiert die jetzt ja an allem sind. Und hier mal so ein Leopardenhieb, das ist nicht schlimm, das dürfen sie machen. Damit zeigen sie ja nur, dass sie richtig pfiffig drauf sind, ihr Mäuse. Das ist Toboli und das ist Sampit. Der ist ein bisschen dunkler, hat hier mehr Punkte und der ist hier wesentlich heller und hat hier so die Punkte mehr in Kreise hier vorne angelegt. Und er ist ja auch derjenige, der ein bisschen kässer ist. Zweite Attacke.